Hallo und liebe Freunde zum weiteren Let's Play von Minecraft, mein zweites Let's Play von Minecraft. Und ja, das ist mein Aussichtsturm, Merkbank und Wurz. Das ist ein Fach hier. Zur Zeit mein Haus. Weil in meiner Höhle, die war hier oben da. Hier oben, ja. Und ja, ja, ich möchte es eigentlich gar nicht mal erzählen, aber ja, hier war, hier waren einfach Spinnen. Ja, und jetzt müssen wir eben kraften. Ich habe vergessen, warum. Weil ich so beschäftigt war. So beschäftigt war, dass ich es einfach... Ja, auf jeden Fall, ich muss Bonn erfüllen. Ah ja, genau. Wegen meinen Aussichtsturm, ich brauche natürlich auch viel Erde zu kraften. Okay. Vielen Dank. Ja, und wir müssen nämlich für den Aussichtsturm nur viel Erde brauchen wir und natürlich viel Ding zum Bauen. Ne, das brauchen wir jetzt erstmals nicht, aber ich möchte einfach einen Aussichtsturm haben, meine Wohnung. Ja, ich mache den Aussichtsturm auch für meine Wohnung sozusagen. Versteht ihr? Ja, und ich werde zwischendurch in der Nacht mal einen Cut machen, dass wir länger einfach mal sein. Ja, und wir machen jetzt mal bis 64 und dann ist der Stopp. Und ja, wo müssen wir hin? Ich glaube hier hin, oder? Ja, das Feine ist dann, ich kann mich immer vom Ding, vom Durm dann immer orientieren, wo ich meine zweite Wohnung dann habe. Cool. Cool, süß. Geil, sie hat ausgebrutet. Geil. Jetzt haben wir halt ein Hühnchen auch hier. Und deswegen, ja, dann weiß ich immer, wo meine Wohnung ist und das führt mich auch dann zu meiner Wohnung. Und dann, was ist das denn? Keine Ahnung, aber hier müsste Zombies sein. Auf jeden Fall, ich habe Angst. Jetzt machen wir das. Alles. Genau. Alles. Ja, jetzt werden wir einfach mal mit den ganzen Stückchen ein bisschen größer machen. Die Wohnung und Flasher. Und deswegen, ja. Ich weiß nicht, aber ich werde heute vielleicht mit einem Kumpel ausmachen und wahrscheinlich eine Fischbar-Challenge machen. Fischbar-Challenge. Ja. Und deswegen, ja. Und wir werden wahrscheinlich auch Minecraft zocken, würde ich mir vorstellen. Und ja, weil er liebt Minecraft. Und so werden wir wahrscheinlich Minecraft spielen. Und so. Ja. So wird es heute auf jeden Fall, egal ob Abend oder heute, ein Minecraft-Video noch geben. Und ja. Ja. In Matze werdet ihr jetzt leider nicht sehen. Er ist natürlich auch ein Minecraft-Freund. Und jetzt ist er ein Zombie. Ja. Und natürlich, ich tue es. Und der Link ist in der Videobeschreibung. Und abonniert bitte die Brüder zocken. Und natürlich Matze LP. Das wäre sehr unterstützt von euch. Das ist so weit. Ja. Jetzt können wir wieder weitermachen mit meinem Krafting. Aus, ab, 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 ab. Hm. Dann warte. Ja. Und jetzt können wir wieder weitermachen. Jetzt gehen wir mal drauf, Werk, Kiste. Und gucken wir mal, was es so gibt. Nein. 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 Geil, mach mal. Geil, mach mal. Zornstufe. Hm. Oh nein. Da sind Zombies. Oder so. Ich habe Angst. Und ja. Ich muss mir noch ein Plan, warum ich das mache. Ja. Ich muss mir noch ein Plan, warum ich das mache. Okay. Ja. Aber ja. Alles. Das sieht doch wieder. Scheiße, da hab ich mir mal Fehler gemacht. Da gibt's nur eine Lösung. Leider. Warum bin ich nicht vorher draufgekommen? Ja. 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 Okay, es wird ja dunkel. Deswegen. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Und bis später.